Mein Name ist Susanne Scholz, ich bin 19 Jahre alt, hauptberuflich bin ich Model und Vollzeit-Mama von einer kleinen süßen Tochter. Ja, ich fand den Tag super schön heute. Es hat mir super viel Spaß gemacht, die Unterwasserbilder mit so vielen Outfits und das Tauchen vor allen Dingen. Ich habe vorher noch gar keine Taucherfahrung gehabt, aber das ist echt super gewesen. Also ich weiß nicht, ich hätte am liebsten sofort weiter gemacht. Warum ich mit nach Thailand will und warum ich glaube ich bin das richtige C-Star-Girl. Naja, ich bin abenteuerlustig, ich reise gerne, ich weiß nicht, ich bin einfach lebensfroh und wandelbar, vielseitig. Ich denke einfach, das reicht. sechs Meter fünf 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 Untertitelung des ZDF, 2020